so und damit willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal schön dass ihr eingeschaltet habt das ist das dritte video von just cause 3 was ich jetzt veröffentlichen werde oh mein gott ist die turbine laut sorry aber puh also wir machen mal den spielsound noch mal leiser und das noch mal leiser und dann ist das mikro auch lauter so wir haben das jetzt zwei wir haben eine basis eingenommen dann haben wir eine stadt zurückerobert und wir haben dann einen jet lande flug platz wie auch immer eingenommen und das hat in einem ganz anderen gebiet zusätzlich noch jetzt habe ich mir gerade den zug schnappen wollen aber das ging nicht dann ist hinten auf dem jet gewesen und der panzer ist runtergefallen und ich habe mir gedacht komm schnapp ich mir den und mache was ich im letzten video gesagt habe ich werde damit was erobern und zwar eine basis oder diesen hafen da unten und das werde ich jetzt mal tun also viel spaß mit dem video fangen wir doch mal an zielsucherraketen in drei zwei eins jetzt oh mein gott es geht schief nein zurück ins fahrzeug zurück ins fahrzeug na ha 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 das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut aber wir haben noch den schick raketenwerfer wir können es auch mit dem heli machen leute solange wir keinen jet kriegen machen wir das mit dem helikopter oder auch nicht ich hätte gerne den helikopter kampfschiff so also wir sind jetzt gespawnt und zwar an unserem eroberten ja das ist da unten wollen wir zerstören und leute wir schnappen muss ein jet dann landet gerade einer du also es gibt einmal den mit den bomben den hatten wir im letzten video mal kurz gehabt und dann gibt es noch den mit denen wie ihr seht zielsucherraketen und der kanone warum zerstört die kai gerade eigene ja ok gut porto tridente ok da oben ist noch irgendwas was man erobern sollte vielleicht aber vorerst nehmen wir es jetzt mit den idioten da unten auf ich meine aber ohne aus dem jet auszusteigen lande an flug erlaubnis ich hab bitte lande an flug erlaubnis ach scheiß auf die erlaubnis wir brauchen keine wir kommen auch so nicht gut und wir kommen zurück wir kommen zurück wieder zerstören das geschützt da unten denn das ist weg läuft wo steht wir schicken ein das ist ja das ist ja spray feiern stufe 5 geile scheiße alter ich feier das ich feier das irgendwie das gelben warum man das ist schon älter das ist schon ja warum sollte gäbe sich geil sein nach der schweiz der kopf um mich um mein gott 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 da steht ja wieder um sie wurden getroffen 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 wie juli 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 wii juli 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 okay weiter geht's Die Zentrale, Panzer sind unterwegs. Ach du Scheiße. Oh, Applementen. Mayday, Mayday. Alter. Das war eine knappe Rakete. Mayday, Mayday. Wir brennen. Wir haben Triebwerksschaden. Wir brennen nicht, wo wir qualmen. Mayday. Oh, shit, alter. Okay, 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 okay. Okay, weiter. Boah. 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 Oh, shit. Wir werden das jetzt komplett mit dem Jet machen, wir werden nichts anderes als den Jet verwenden dafür. Oh! Okay, weiter. Also wie es scheint, geht der Jettank nicht leer. Oh Gott, da kommt die Helikopter. Das Ding steht ja immer noch dahinten, oh shit. Wir haben es gleich geschafft, es ist nur noch ein kleines Stück der Verwüstung. Oh, da fliegt auch noch ein Jet, der uns, wow, was kam uns denn da entgegen geflogen oder hinterher geflogen oder so. Wow, heilige Scheiße, die Explosionen sind einfach, hui, einfach der Hammer, nein, Mayday, uff. Was eine knappe Sache, Leute, was eine knappe, kranke Sache. Was mich ein wenig stört, ist der Turm da unten, der Geschützturm. Ausch. Oh, Mayday! Mälde-Cockpit-Mälde-Cockpit-Schaben! Hör aus! Oh, alter! Na, nicht gut! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Wir brauchen einen neuen Jet! Oh, shit, alter! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, ich feuer den Berggemer gar nicht, ja, der ist, uh, das ist ähnlich wie der Mount Chiliad irgendwie. Der ist so komisch zu erklimmen. Wow, okay. Okay, okay. Ist gut, Leute. Entsendung von Elite-Einheiten automatisiert. Wir verziehen uns. Achtung! Wir schicken Panzer zu eurer Position. Ach, fuck, da unten sind auch noch welche. Das ist überhaupt nicht gut. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Wir müssen den Bastarden entkommen, also sonst, äh... Hilfe! Suche abbrechen! Die Zielperson ist nicht mehr hier! Okay, wir haben's geschafft! Und jetzt werden wir uns direkt weiter zu begeben! Oh, yeah! Autsch. So. Wir brauchen einen neuen Jet. Und zwar... Wir nehmen den Bomber-Jet. So einen anderen kriegen wir hier nicht. Ich hätte gern meinen... JET! Wow! Und da ist er! Aua! Warte, was? Wir haben diesen Jet! Und jetzt werden wir uns... Mit Raketen und Bomben! Wir haben keine CSU-Raketen nebenbei! Ne? Also Leute! Erwartet nicht so viel von mir! Ich bin schon nicht mehr! Aber dazu sage ich ihn noch. das war es schäuert wow 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 der chat fliegt sich halt ziemlich crazy gerade irgendwie wir droppen die bombe Oh, Hilfe, wir haben mit leichten Lenkraketen gejagt. Oh, oh, das ist ganz gut. Oh, 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 oh wir werden das nicht überleben wenn wir sich aussteigen und weg hier ab zum flugfeld weitere schiffe sind unterwegs um euch zu unterstützen okay so viel dazu so viel dazu oh shit nein 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 Doch! Komm, komm, komm! Zieh den Baum hoch! Oh Gott, ey. Er klemmt hier im Baum fest. Halt! 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 Den nehme ich! Und... Wir... äh... Wir quäumen... Wieso quäumen wir? Was hat... Na, scheiß drauf. Also, ein Treffer, dann sind wir weg. So viel steht fest. Aber... Das wird schon. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Okay, 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 wir haben... Ich werde niemand vermissen. Woah! Oh! Getroffen! Mayday! Mayday! Oh, shit! Oh, shit! Okay. Ähm... Luftunterstützung ist unterwegs. Oh, oh. Oh, shit! Okay. Leute. Soviel dann zum Jet. Wir... Haben... Einfach zu viel Zeit verplempert dadurch. Wir kriegen manche Dinge mit dem Jet einfach nicht, äh... Weg. Beziehungsweise kriegen wir das nicht irgendwie... Müssen wir uns die kleinen... Dinger da einzeln vornehmen. Hey! Aua! Das war nicht der Plan. Sorry, man, aber... Du störst mich hier. Bei der Arbeit. Au! Au! Ey! Das ist aber nicht fair, was ihr macht... Uu... Komm, 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 komm... Das Ding ist hin...? Das ist hinüber, oder? Das steht noch! Wie, das steht noch! Ha! Ich versuche jetzt noch, mich zu erledigen nur Drecksschwein. Aua! Oooo shit, Digga. Wir müssen hier weg. By the way, was droppen da die ganze Zeit löften auf uns. Achso. Achso. Oh, shit. Aua, ich würde gerne... Na geht's noch? Ich würde es gerne deaktivieren, eigentlich nur, beziehungsweise. Hätten, dass wir es haben. Hör auf, wenn du mich jetzt triffst, kurz um... Abschluss des... Aua, yo. Digga. Ah. Alter, das ist ja... Wir haben jetzt nicht mehr viel vor uns. Komm, wir haben jetzt noch ein Sniper getroffen. Drei, zwei, eins. Aua. Junge, hör mal. Oh. Oh. Oh, come. Boah, Digga. Boah, das Spiel war... Puh, das hängt sich grad auf. Heilige. Heilige Scheiße. Der snipet mich ab, Alter, und ich fall ins Wasser. Jo. Sonst geht's dir mal gut, oder? Jo. Wow. Okay, wir sind jetzt daran verreckt. Wir sind jetzt daran verreckt. Wir sind jetzt daran verreckt. Das geht schief. Drei, zwei, eins. Ja, Mann, die schießen die anderen Jets ab. Oh yeah, wir schaffen da... Au! Au! Zillig! Niemand! Niemand! Niemand macht mich hier kalt. Wir haben jetzt nicht mehr viel zu zerstören. Alter, was ist so eine Kanone an dem Schiff? Ja, das hat mir auch noch gefallen, dass ich ein Hakensystem benutze. Digga, was willst du von mir, Junge? Ich hab mal Kettenwerfer. Au! 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 Hey! So war aber nicht der Deal. Alter, die KI ist ja wirklich so doof. Ha! Alter, was macht der da? Oh, Raider. Boom. Fuck! Will die nigger? Ach, leck mich. Anater, was macht's? Hallo. Wann zuhaha, scharmen und usgliede microphones nach, raus, select nein- confinement. Be dranse ich euch habe. Servitu, fuh, mo bate mir mit. Also fries. Bis zum nächsten Mal. 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 Sama. Reicht doch jetzt. Merkst du nicht, dass ihr verloren habt? So. So. Das ganze Mal. By the way. Weg damit. Au. Ah, guck. Ah, guck. Und damit haben wir. Was. Dann wünschen. Ich wünschen euch. Ich bin.